So, der dritte Tag beginnt. Wir haben gut geschlafen, wir sind jetzt wieder frisch aufgestanden und haben wieder neue Kraft getankt. Heute ist nochmal laut Karte ungefähr 37 bis 40 Kilometer, dann sind wir endlich in Berlin. Und dann sind wir in unserem Ziel angekommen und dann können wir da chillen. Also das ist jetzt der anstrengende Teil der Reise mit Fahren und so, aber das ist trotzdem cool, macht richtig Spaß. Und in Berlin kommen dann halt so ein Schwimmbad und Kino und halt irgendwie sowas in der Art. Halt irgendwas, was ein bisschen chilliger ist. Wir machen uns auf jeden Fall auf und ich denke, also ich hoffe, heute wird entspannter, aber es hat geregnet über Nacht, deswegen wird das wieder richtig eklig mit dem Boden und mit den Balls und so. Und deswegen mal schauen, wie wir durchkommen. Ich bin in L.A., know I gotta make a workout like Chess Day. Yeah, we just young and we living, we doing it right over here, why you missing? Just me and my homies, we running this city, not worried about blowing these hundred to fifties. Cause when you get caught up in money, it's fake. The happiest thoughts end up going to waste. I got all my people, they holding me down. They all coming with me when I got the crown. Yeah, I gotta run away, I wanna run away, I wanna run away, when you are out this place, I wanna run away. Yeah, I'm going track to track, trying to master rap, I never gave it up when they call me whack. I gotta run the game like I'm a running back, I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone, I'm hoping it ain't for too long. But I'm trying to make it all around the world, meet the fans that put me on. You know we got it, yeah we got it. We gon' fill it up like it's a wallet, we gon' live it up like it's college. We gon' soak it up like it's knowledge, yeah. And I gotta pay homage to my fam and the fans from the hometown. Got the hill going up when we back now. Put the 919 on the map now when I'm gone. So Leute, wir sind kurz vor Berlin. Martin hat schon die Reise, also er ist vorzeitig mit dem Zug, also ungefähr 10 Kilometer vorm Ziel ist er halt, weil es gesundheitstechnisch nicht mehr ging, halt mit dem Zug vorgefahren. Und ist jetzt schon da, wo wir ankommen wollen. Ich sitze jetzt hier noch mit Johannes am, wo sind wir überhaupt, in irgendeiner Siedlung, irgendwie ein Kilometer oder zwei Kilometer vorm Ortseingang in Berlin. Und wir hoffen, wir kommen bald an, weil in Berlin nehmen wir dann die S-Bahn und sind dann hoffentlich in einer Stunde oder so da. Und dann ist endlich Schillen angesagt, weil war echt anstrengend die Fahrt. Und wir sind einfach irgendwo im Nirgendwo, obwohl hier fast Berlin ist, ist einfach mega eine Baustelle und irgendwelche verlassenen Häuser. Ist schon recht komisch. Aber auf jeden Fall ist das ein mega geiles Gefühl, endlich fast angekommen zu sein. Also gucken wir mal, vielleicht ist da auch irgendwo dann endlich das Ortseingangsschild. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir haben unser Ziel erreicht, wir sind voller aus der Puste, sind aber endlich angekommen. Wir sind jetzt mitten in Berlin und haben jetzt endlich eine Schlafunterkunft. Und jetzt ist dieser Longboard-Teil vorbei. Wir sind 140 Kilometer in etwa gefahren und jetzt endlich sind wir angekommen. Und jetzt beginnt der etwas entspanntere Teil. Hier hat man auf jeden Fall WLAN und der Preis, schon meint ich, ist alles hier ganz geil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.